Wenn es mir jetzt so richtig schlecht geht in meinem Leben, dann stelle ich mir jetzt nicht mehr vor, dass Herbert Kickl-Buddhist ist. Und wenn Herbert Kickl mal stirbt, dann wird er in Wien als Polizeipferd wiedergeboren. Als Vollblut-Araber. Und irgendwann ist Herbert Kickl mal beim Lidl in einer Lasagne drinnen.